Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Theaterfans, ein herzliches Hallo und Willkommen zurück bei unserer Theaterattacke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser heutiges Video steht ganz im Zeichen der Komödie. Die Komödie hat ihren Ursprung in der griechischen Antike und schon damals war es das Ziel, das Publikum durch unterschiedliche absurde, skurrile oder extravagante Tätigkeiten zum Lachen zu bringen. So wie heute auch. Unser Stück Die Tanten spielt ebenso mit Slapstick-Elementen. Im Slapstick sind die Schauspieler und Schauspielerinnen dazu angehalten, möglichst absurd und übertrieben Theater zu spielen. Und genau das ist auch heute unser Ausgangspunkt für unsere diesmalige Theaterattacke. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr trinkt aus einem Glas Wasser, aber mit einem riesengroßen Strohhalm. Oder ihr esst ein extravagant großes Stück Pizza. Oder ihr löffelt zum Beispiel eine Suppe. Allerdings nicht mit einem normalen Löffel, sondern mit einem winzig, winzig kleinen. Na, wie sieht das aus? Je absurder und übertriebener ihr das spielt, desto besser. Und wenn ihr Lust habt, knipst ihr wieder mal ein Foto, schickt das Ganze an uns und teilt mit uns eure Theatermomente. Wir freuen uns drauf. Vergesst auch nicht, unsere Materialmappe down zu laden. Darin findet ihr wie immer wichtige Informationen zur Vor- und Nachbereitung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Theaterattacke. Bis bald!